Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Hans-Lachim Herrmann. Ich arbeite bei der Siemens AG in Nürnberg im Produkt Lifecycle Management für die Schutztechnik. Ich möchte Ihnen heute den Generatorschutz Siprotec 7UM85 vorstellen und ausgewählte Anwendung erläutern. Der Generatorschutz Siprotec 7UM85 basiert auf der Plattform von Siprotec 5. Die typischen Eigenschaften der Siprotec 5 Plattform können vorteilhaft für Generatorschutzanwendungen genutzt werden. Es ist zu einen die hohe Modularität in der Hardware. Sie können aus einer Vielzahl von Hardwarebaugruppen, die als Module bezeichnet werden, wählen. Dadurch ist es möglich, für die jeweilige Generatorschutzapplikation die passende Hardware zu finden. Sie starten mit einem Basismodul und wählen die erforderliche Anzahl von Erweiterungsmodulen. Weiterhin können Sie zwischen einem großen und kleinem Display wählen. Die Erweiterungsmodule können zusätzlich mit LEDs bestellt werden. Eine weitere hervorragende Eigenschaft ist die hohe Modularität und Flexibilität in der Kommunikation. Das Basismodul kann durch Steckmodule erweitert werden. Stand der Technik sind die E-Sanit-basierten Kommunikationsmodule in optischer bzw. elektrischer Schnittstellenausführung. Auf diesen Modulen sind unterschiedliche Protokolle lauffähig, die im Rahmen des Engineering anwendungsspezifisch ausgewählt werden und konfiguriert werden. Für Generatorschutzanwendungen sind das z.B. die Protokolle PROFINET bzw. IEC 61850. Die dritte vorteilhafte Eigenschaft ist die hohe Flexibilität an nutzbaren Schutzfunktionen. Dabei bedient sich der SIPOTEC 7UM85 aus vorhandenen Schutzfunktionen der Plattform, wie z.B. Spannung, Frequenz, Überschrung-Zeitschutzfunktionen und weitere. Er nutzt speziell für Generatorschutzanwendungen entwickelte Funktionen wie den Unterregungsschutz, den 100%-Ständerärtschesschutz, unterschiedliche Ausführungen des Läuferärtschesschutzes, die Kraftwerksentkupplung, den Überlastschutz mit Kaltgas-Temperaturberücksichtigung und viele andere mehr. Während des Ingenierings mit Dixi 5 kennen Sie aus der Bibliothek die entsprechenden Funktionen Laden. Kommen wir nun zu grundsätzlichen Anwendungen. Der SIPOTEC 7UM85 kann als Reitern Generatorschutz bzw. als Schutz eines Kraftwerksblockes in der Einheit Generator und Blocktransformate eingesetzt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es unterschiedliche Ausführungsformen der Kraftwerksblöcke gibt. Das hat einen Einfluss auf die auszuwählenden Schutzfunktionen. Nachfolgende Darstellungen zeigen Ihnen typische Ausführungsmöglichkeiten. In Industrieanwendungen findet man häufig die Sammelschienenschaltung. Hier speisen in der Regel mehrere Generatoren auf eine Sammelschiene und diese sind miteinander gravanisch verbunden. Der 7UM85 schützt den Generator. Die Besonderheit ist, dass zur selektiven Erfassung von Erdschlüssen im Ständer ein gerichteter Ständer-Erdschlussschutz einzusetzen ist. Ein Kraftwerksblock besteht immer aus der Kombination von Generator und Blocktransformator. Bei diesem Anlagentyp gibt es die unterschiedlichsten Ausführungen. Die einfachste Form ist die Kombination von Generator und Blocktransformator, welches Bild A zeigt. Zusätzlich können zwischen Generator und Blocktransformator noch ein oder mehrere Eigenbedarfstransformatoren angeschlossen sein. Das ist in Bild B bzw. C dargestellt. Weiterhin verfügen große Kraftwerksblöcke über einen zusätzlichen Generator-Leistungsschalter, um eine hohe Verfügbarkeit der Gesamtanlage zu gewährleisten. Das zeigt Ihnen Bild C. So wird zum Beispiel bei Kurzschlüssen im Generator der Generator vom Netz getrennt und der Eigenbedarf über den Blocktransformator weiter versorgt. Das ist auch ein Schaltzustand bei Wartungsarbeiten am Generator. Besonderheiten sind zum Beispiel bei Pumpspeicherkraftwerken zu berücksichtigen. Im Pumpbetrieb arbeitet der Generator als Motor. Um das zu erreichen, gibt es neben der Ausführung über eine Kupplung auch die Variante über die Änderung der Phasenfolge. Der Schalter zum Tauschen zweier Phasen befindet sich zwischen Generator und Blocktransformator. Somit hat man im Motorbetrieb motorseitig zum Beispiel die Phasenfolge L3, L2, L1 und transformatorseitig nach wie vor die Phasenfolge L1, L2, L3. Diese Besonderheit wurde bei der Entwicklung der SIPOTEC 5-Schutzgeräte berücksichtigt. Und die Messstellen können automatisch an die Phasenfolge angepasst werden. Wie die Folie mit dem Single-Line-Diagramm sowie rechts mit den typischen Größen Spannung, Strom, Frequenz zeigt, findet man eine weitere Besonderheit bei Gasturbinenkraftwerken vor. Hier wird die Einheit Generator-Turbine über einen Anformrichter auf 70% der Nenndrehzahl gebracht und danach die Gasturbine gezündet. Diese bringt das Gesamtsystem auf Nenndrehzahl und damit auf Nenndrehzahl. Wie das rechte Bild zeigt, muss sich der Schutz beim Anfahrvorgang auf einen weiten Frequenzarbeitsbereich einstellen. Um eine hohe Messgenauigkeit auch bei deutlichen Abweichungen von der Nennfrequenz zu erreichen, ist in den SIPOTEC 5-Geräten eine leistungsfähige Abtagsfrequenz nach Führung implementiert. Zusätzlich ist bei niedrigen Frequenzen ab ca. 2 Hz ein Anfahrüberstromzeitschutz vorgesehen. Durch die unterschiedlichen Ausführungen der Kraftwerksblöcke ergibt sich auch eine Kombinatorik im Einsatz der SIPOTEC 5-Schutzgeräte. Bei der einfachsten Kraftwerksblockausführung kann ein 7UM85 den Schutz des gesamten Kraftwerksblockes übernehmen. Dabei ist es vorteilhaft, den Differenzialschutz getrennt für Generator und Blocktransformator auszuführen. Die Redundanz erreicht man durch Gerätedoppelung mit identischen Funktionen in beiden Geräten. Ist dagegen der Kraftwerksblock umfangreicher, kann eine Aufteilung der Schutzgeräte auf die Schutzobjekte vorteilhafter sein. Das soll beispielhaft an der Ausführung eines Gasturbinen-Kraftwerksblockes erläutert werden. Für den Schutz des Generators kommt ein SIPOTEC 7UM85 mit den notwendigen Schutzfunktionen plus erforderlichem Zubehör für den Läufer-Erdschlussschutz, den 100%-Ständer-Erdschlussschutz sowie für die Erdschlusserfassung im Zwischenkreis des Anfahrmrichters zum Einsatz. Die prinzipielle Anschaltung ist im Bild dargestellt. Für den Block- und Eigenbedarfstransformator wird ein SIEM UT86 mit separaten Differenzialschutzfunktionen für den Block- und Eigenbedarfstransformator verwendet. Zusätzlich sind weitere Schutzfunktionen notwendig, wie zum Beispiel der Überregungsschutz für den Blocktransformator, ein Spannungs- und Frequenzschutz sowie der Anfahr-Erdschlussschutz. Der Erreger-Trafer wird ebenfalls durch den SIPOTEC 7UM86 geschützt. Das Gerätekonzept wird sowohl in der Schutzgruppe 1 als auch in der Schutzgruppe 2 umgesetzt, welche nicht dargestellt ist. Im nächsten Video erläutere ich ein Anwendungsbeispiel. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!